Breaking News aus der Königsklasse, liebe Motorsport-Magazin.com-Freunde und Formel-1-Fans. Haas entlässt Teamchef Günther Steiner, der Südtiroler muss mit sofortiger Wirkung gehen, das hat der US-amerikanische Rennstall am Mittwochabend in einer Pressemitteilung verkündet. In dieser Pressemitteilung meldet sich auch Teambesitzer Gene Haas zu Wort. Er bedankt sich zunächst einmal für zehn Jahre harte Arbeit bei Günther Steiner, aber wenn man sich dann den Rest der Pressemitteilung so durchliest, dann wird schon ziemlich deutlich, wie diese Trennung vonstatten gegangen ist. Normalerweise liest man in solchen Pressemitteilungen gerne mal floskeln wie in beidseitigem Einvernehmen, ist dann meistens gar nicht so, aber in diesem Fall hat man komplett darauf verzichtet. Gene Haas sagt, die Performance war einfach nicht gut genug, man war nicht konstant genug. Klar, man ist in der abgelaufenen Saison auf den letzten Platz in der Konstrukteurs-WM abgerutscht, aber im Radio-Fahrerlager hört man, dass das vielleicht nicht der einzige Grund ist. Da soll es schon länger nicht mehr passen zwischen Gene Haas und Günther Steiner, es soll um sehr, sehr viel Geld gehen. Wir müssen uns ein bisschen die Struktur des Teams in Erinnerung rufen. Gene Haas, der Milliardär, der hat einst das Geld bereitgestellt, der ist Teambesitzer. Günther Steiner, der hatte Gene Haas überredet, überhaupt in die Formel 1 einzusteigen, war schon Jahre vor dem eigentlichen Einstieg 2016 involviert, hat da Aufbauarbeit geleistet, war schon Teamchef, bevor es überhaupt ein Formel 1-Team gab, hat dann, als man in der Formel 1 war, das Team geleitet, aber hat eben keine Anteile am Team. Das soll ihm nicht ganz so geschmeckt haben und deswegen, so hört man, soll es dazwischen den beiden Verwerfungen gegeben haben. Günther Steiner kommt in der Pressemitteilung nicht zu Wort. Ich bin mal gespannt, ob man zwischen Günther Steiner und Gene Haas in der Zukunft noch etwas mehr hören wird. Günther Steiner ist natürlich nicht nur den Hardcore-Formel-1-Fans ein Begriff. Durch die Netflix-Serie Drive to Survive ist er zu einem weltweiten Star, avanciert, weit über den Tellerrand der Formel 1 hinaus eben bekannt. Er ist Haas längster Mitarbeiter, eben schon Jahre vor dem eigentlichen Einstieg, aber es gibt auch weitere langjährige Mitarbeiter. Einer davon ist Ayao Komatsu, von dem habt ihr vielleicht schon mal was gehört. Ihr werdet in Zukunft definitiv noch mehr von ihm hören, denn er wird Nachfolger von Günther Steiner als Teamchef. Zuletzt war der Japaner Engineering Director, also man kann sagen, Ingenieurschef. Er hatte einen der drei verbliebenen Plätze am Kommandostand. Das zeigt schon, er war ganz, ganz weit oben in der Team-Hierarchie angesiedelt. Jetzt übernimmt er also dem Teamchef Posten. Seit 2016 ist Ayao Komatsu bei Haas mit dabei. Er ist damals von Lotus zusammen mit Romain Grosjean rübergegangen zum Neueinsteiger, ist also da ein hohes Risiko eingegangen, wusste ja damals niemand so richtig, wie das Ganze aufgehen wird. Er verfügt über zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Formel 1 2003 angefangen als Reifeningenieur bei BAR. Das ist also jemand, der versteht von dem Sport vor allem auf technischer Seite richtig viel und das ist vor allem Gene Haas wichtig. Er sagt, man hat jetzt diese Ingenieursexpertise in der Führungsriege des Teams und deshalb hofft er, dass man da den nächsten Schritt machen kann und die Ressourcen auch wieder etwas effizienter zu nutzen weiß. Gleichzeitig gibt es auch noch etwas Umstrukturierung im Team. Es wird einen COO, also einen Chief Operating Officer geben. Der soll Teamchef Ayao Komatsu den Rücken frei halten. Der sitzt in Banbury. Das Team ist ja relativ komplex strukturiert. Das Headquarter, die Verwaltung sitzt in North Carolina in den USA. Dann hat man in Banbury eben die Einsatzzentrale, wo die Autos vorbereitet werden. Zahlreiche Ingenieure sitzen in Maranello, entwickeln dort an der Aerodynamik des Boliden und das Auto selbst, also das Chassis, das wird bei Dallara ebenfalls in Italien hergestellt. Die Umstrukturierung ist natürlich auch ein ganz klares Zeichen von Gene Haas, dass er in der Formel 1 weitermachen will. Darüber gab es zuletzt ja auch immer wieder Gerüchte. Die Teams sind inzwischen richtig viel Geld wert. Die Werte sind durch die Decke geschossen. Deswegen meinte der ein oder andere, für so viel Geld würde Gene Haas vielleicht schwach werden und würde das Team dann eben verkaufen an jemanden, der unbedingt in die Formel 1 will. Gene Haas sagt, das Ganze zeigt, dass er eben Ambitionen in der Formel 1 hat und damit dürfte ein Verkauf ziemlich vom Tisch sein. Personalien beschäftigen, die Formel 1 derzeit ziemlich intensiv. Nicht nur bei Haas, wir haben gleich noch mehr für euch, aber auch beim Motorsport Magazin sind Personalien natürlich immer eine beliebte Rubrik in den Videos. Wir suchen Verstärkung, unter anderem in der Position des Video-Hosts, aber auch in der Redaktion. Schaut euch das Ganze doch mal mit einem Praktikum an. Wichtig, alle Stellen sind in Vollzeit und an unserem Standort hier in Graz. Alle Informationen dazu gibt es auf jobs.motorsport-magazin.com. Ich habe es euch versprochen, wir haben weitere Personalhammer in der Formel 1 im Angebot, unter anderem bei der FIA. Steve Nielsen, der Sportdirektor, geht nach nicht einmal einem Jahr beim Automobilweltverband. Wohin? Das ist noch nicht ganz klar. Er ist ja so ein bisschen der Wandervogel. Der Formel 1 war schon fast bei allen Formel 1-Teams. Bevor er zur FIA gekommen ist, war er bei Liberty Media beschäftigt, also beim kommerziellen Rechteinhaber. Da hatte man bis vor kurzem noch ein relativ großes Team auf technischer und sportlicher Seite. Allerdings unter dem neuen FIA-Präsidenten, da ist das alles nicht mehr so ganz einfach. Er sagt, wir, die FIA, wir sind die Sporthoheit, wir lassen uns da nicht ins Handwerk pfuschen. Deswegen wurden einige Mitarbeiter von der Formel 1 übernommen, unter anderem auch Steve Nielsen. Aber nach weniger als einem Jahr ist für ihn schon wieder Schluss. Sein Nachfolger steht schon fest, Tim Mellion, ein Kanadier mit sehr, sehr langer Erfahrung, zuletzt Safety Director der FIA. Unter ihm, das wurde auch klargestellt, wird Nielsen Wittig weiter Rennleiter in der Formel 1 bleiben. Und dann gibt es noch eine sehr interessante Personalie, Tim Goss, der Technikchef in der Formel-Abteilung, der verlässt die FIA ebenfalls. Ein Nachfolger für ihn ist noch nicht gefunden. Das war es immer noch nicht mit Personalien in den letzten Tagen. Die Kollegen von formula.hu, also ungarische Kollegen, die haben vermeldet, dass Dr. Helmut Markow seinen Vertrag bei Red Bull um weitere drei Jahre verlängert haben soll. Das Ganze stand ja zuletzt in der Schwebe. Es gab einige Verwerfungen teamintern, die natürlich nie bestätigt wurden von Red Bull, aber die gab es definitiv. Dr. Helmut Markow ist sich aber mit der Red Bull-Führungsriege in Salzburg einig geworden und wird also für mindestens drei weitere Jahre das Bindeglied zwischen Österreich und Milton Keynes sein. Neuigkeiten gibt es außerdem von Williams, nicht unbedingt personeller Natur, aber auf technischer Seite. James Waus, der Teamchef, der hatte ja zuletzt ein bisschen mit Cadillac-Motoren geliebäugelt, ihr erinnert euch vielleicht daran. Das Ganze ist jetzt definitiv vom Tisch bis einschließlich 2030 wird Williams mit Mercedes-Power-Units an den Start gehen. Das wurde jetzt bekannt gegeben. 2026 kommt ja ein komplett neues Reglement. Einerseits auf der Chassis-Seite, andererseits aber auch bei den Power-Units. Elektrifizierung wird an die Spitze getrieben und da hat man sich jetzt in Grove wieder festgelegt, man will das Ganze weiter mit Mercedes machen. Ein interessantes Detail, das kennen wir aber noch nicht, denn James Waus spricht auch von Unabhängigkeit. Unabhängigkeit, die Frage ist, wie stark unabhängig wird man sein? Aktuell bezieht man ja von Mercedes nicht nur die Power-Unit, sondern auch das Getriebe. Man hat sich bei Williams zuvor lange gewährt, das Getriebe ebenfalls einzukaufen, hat das sehr, sehr lange selbst entwickelt und gebaut. Seit 2022 setzt man auf die Expertise von Mercedes High-Performance-Power-Trains in Bricksworth. Ob das 2026 immer noch so sein wird, das wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Das Thema ist aber ganz brisant, denn darum dreht sich sehr, sehr viel derzeit in den Diskussionen rund um die Zukunft der Formel 1. Sollen die Teams vielleicht dazu verpflichtet werden, eigene Getriebe zu bauen? Ja oder nein? Wahrscheinlich hat man auch deshalb noch kein Abkommen mit Mercedes geschlossen. Vielleicht will man sich auch wirklich die technische Freiheit hier aufhalten, um performance-technisch da einen Vorsprung zu holen. Die Weihnachtszeit ist vorbei. Ich hoffe, ihr habt euch alle reichlich beschenken lassen. Viele von euch haben was ganz Tolles geschenkt, nämlich Motorsport-Magazin in der Print-Ausgabe. Jetzt seid aber wieder ihr selbst an der Reihe. Ihr könnt euch natürlich auch noch Ausgabe Nummer 94 holen. Ein paar haben wir noch auf Lager. Abo.motorsport-magazin.com Da habt ihr alle Informationen. Übrigens gibt es unterschiedliche Modelle. Ihr könnt das entweder nur erstmal für ein Jahr beziehen oder generell ein laufendes Abo. Dann könnt ihr dann nach einem Jahr auch noch jederzeit wieder aussteigen. Ich empfehle übrigens persönlich diese Ausgabe schon noch zu holen. Denn da gibt es ein Exklusivinterview mit Max Verstappen. Da gibt es auch ganz witzige Anekdoten über Telefongespräche mit Dr. Helmut Marko. Lohnt sich auf jeden Fall noch Ausgabe 94 zu bestellen, solange es noch auf Lager ist. Dann gibt es noch ein paar Neuerungen aus Italien. Genauer gesagt aus Monza. Dort gibt es größere Umbauarbeiten am Autodromo Nationale. 21 Millionen Euro nimmt man in die Hand, um den Kurs zu erneuern. Unter anderem wird da ein neues Asphaltband gelegt. Die Cubs werden erneuert. Aber nicht nur die Strecke selbst. Auch die Infrastruktur, die war ja zuletzt schon etwas in die Jahre gekommen. Jeder, der schon mal im Königlichen Park war, weiß, mit der An- und Abreise ist es da nicht ganz so einfach. Auch für die vielen Fußgänger ist es teilweise sogar ein bisschen gefährlich, die Unterführungen zu nutzen. Das wird jetzt alles besser. Die werden getrennt zwischen Auto und Fußgänger. Dazu gibt es noch eine neue Unterführung. Und das Ganze soll fertig sein in 140 Tagen. Ich bin mal gespannt, ob man den ambitionierten Zeitplan einhalten kann. Wichtig ist es natürlich, der Formel 1 ein Signal zu setzen. Denn CEO Stefano Dominicali, der hatte ja schon ein paar Mal angedeutet, dass Monza nicht mehr ganz zeitgemäß ist. Der Vertrag läuft noch bis 2025 und danach muss man natürlich schauen, wo man bleibt. Italien hat ja zwei Rennen aktuell mit Imola und Monza und Stefano Dominicali, der kommt ja aus Imola. Also sein Herz schlägt wahrscheinlich schon etwas mehr in die eine Richtung. Deswegen die Erneuerung zum richtigen Zeitpunkt. Bis zum Italien Grand Prix ist ja noch ein Weilchen hin. Wir berichten euch dann natürlich, ob sich die 21 Millionen Euro rentiert haben, ob man das dann wirklich nur ein bisschen kosmetisch sieht oder ob vieles besser geworden ist. Bis dahin bleibt uns treu, abonniert den Kanal und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch mal ein Däumchen da.